Jetzt mal eine richtige Runde hier kommen. Ernsthaft, eine Runde, wo es um Tod oder über Leben geht. Ich weiß jetzt schon, wo meine Verstecke sein werden, egal wo im Haus. Und das liegt nicht an dem Geist. Ja, ich habe den Ruf, mit der Spielsache zu spielen. Und er hat sogar das Mopfern. Nein, er hat sie gefunden. Ich darf nicht mehr rein. Ja, das ist nicht so schwer. Jetzt muss ich immer nach hinten gucken, nach vorne statt nach vorne. Nee. Rio, sitz. Ich habe eine Patschilampe. Das ist schon sehr viel nervend aufreibender, wenn man mit zwei Geistern im Haus rechnen muss. Ich bin kein Geist. Offiziell jetzt schon. Ey. 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 Ich finde das immer noch geil, dass man das aus der Entfernung machen kann. Also, wer mitmachen möchte, 18 plus sein, Spiel besitzen, Wasser anmachen. Oh, Wasser. Weg. Halt die Klappe. Du hast welche gesehen. Also, wer mitmachen möchte, bekloppt sein mit dem Geist spiele, Spiel besitzen, 18 plus sein, Spaß habe und sich vielleicht sogar Mopfern lassen. Wollte sagen, und vorher nicht bei Rio Mopfern einlösen. Also, und ich kann jetzt von hier oben sogar auch noch, das ist allgemein immer noch so, mich selber an eine Luftballonne sagen. Möchte jemand mitspielen? Ja. Es wird auch nicht gemopfert. Solange ihr es nicht eingelöst. Genau. Wenn es eingelöst wird, dann wird gemopfert. Irgendjemand. Ich opfer mich auch selber. Oder wir Mopfern Rio jedes Mal, dann ist alles in Ordnung. Ey. Aber so wie es aussieht, scheint, riecht und duftet nicht. Ich mache mal von hier oben aus bereit. Scheint, riecht und duftet? Ja. Du bist nicht die Schnüffelnase. Ab da, neben dran. Äh, ja. Da hängt jetzt meine Hand, weil der Doktor und ich gleichzeitig die Fernbedingungen aufgeworben haben. Also, bei mir springt sie wie ein Flummi. Okay, jetzt sind wir nach unten ab und raus. Ich habe das Rollstuhlstäbchen nicht angezündet, aber rausgeworfen. Wie viele Rollstuhlstäbchen hast du heute weggeworfen? Ich habe noch ein zweites in der Hand. Komm nicht direkt aus dem Boden. Da vorne, zweiter Tritt, schnell. Links, 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 der. Links, der, links von dir. Boah, echt. Wo ist dein Links, Alter? Nein, ich habe die Taschenlampe wegmachen müssen. Es geht ja um Futterapparat, du Pappnoss. Nein, nur die Fußabdrücke an sich zählen. Ich gehe wieder raus. Ah, Hilfe. Das hat hinter mir auch gemacht. Ja, ich versuche ihn auch. Ich gehe wieder raus. Ihr seid blöd. Ich gehe raus. Tschüss, ich lasse euch hier alleine. Nein, das sieht schön zu. Lass euch alleine. Du Arsch. Das kannst du da nie machen. Ich gehe wieder raus. So viel Alkohol habe ich noch nicht getrunken. Äh, mal gucken. Also, ähm, nicht... Das ist ja auch in deinem Discord. Äh, bläh. Also. Ich hätte gern eine eigene Lobby. Ich bin hier wegen Tod und Verderben. Die Sprache lassen wir mal so. Tod hier, Verderben auf der anderen Leitung. Hallo. Und wieder Wäsche zum Waschen auf dem Boden. Was ein Scheiß. Ach, das war eine Hand. Ach, das war eine Hand. Was habt ihr gespielt auf Albtraum? Ich hab es. Ja, Feuerzeug raus. Es stand im Badezimmer und da ist ein... Sieh, der Toilette! Hier oben im ersten Stock ist im Badezimmer ein Kürbis da hier. Ein Klo. Ja, vielleicht muss er halt auch mal. Okay, hier hat er schon. Das sieht gut aus, ne? Auch ein Kürbis hat seine Bedürfnisse. Echt? Nein. Er brennt dafür. So, nein, mal. Ungefähr 100 Menschen leben außerhalb ihres Geburtslandes. Mann, ich war so krass mit Joko. Also dann... Ein bisschen wahlig reden. Das war eher blubbisch als wahlig. Ja. Das war jetzt aber bliebisch. Zinkbienisch und so. Genau. Bibi, 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 bibi. Ich bin jetzt ein Eingang. Wo ist ein Event? Hallo, Omi! Ihr meint, warum? Ich bin jetzt ein Eingang im Pro Steck. Ach, Mann. Hü-la-lo. Ja, genau. Hü-la-lohn. 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 Ich krieg das nicht auf. Es geht nicht auf. Die andere Seite, Renilein, ist die Tür. Es geht nicht auf. Du musst festhalten. Oben in die Ecke festhalten. Ich krieg das nicht auf. Sie wird hier nie wieder weg rum. Okay. Jetzt zeig ich dir irgendwo. Ah ja, M-I-A-D. Das ist jetzt so lange im Schluss. Ich würde nicht da drin stehen bleiben, wenn sie handeln anfängt. Bist du da im... Seht ihr das auch mit dem Baum? Welchen Baum? Wo bist du? Neben der Duschkabie. Der Baum bewegt sich im Wind. Der ganze Baum tanzt. So, der Tante. Ist da wieder diese Hey. Nee, kommt noch viel lustiger. Du musst dich richtig an die Wand stellen, sonst... Oh, Richard. Und dann stellst du dich in die Mütter. Nö. Nö. Ach, komm schon. Ist lustig. Genau. Hier. Dankeschön. Sie traut sich nicht. Guck mal, Dreckwäsche zum Waschen. Ja, aber was für Dreckbäre. Ui. Passiert nix. Passiert doch was? Ich bin raus. Hey, ganz gammel noch mal die Porsche-Leitzahl, bitte. Porsche-Leitzahl. Die Busch-Leitzahl. Die Busch. Die Busch-Leitzahl, hier. Ja, die Busch ist wichtig. Das ist der Busch vom Nachbarn. Er darfst du das mit 1-3 verfahren. Ich will gerne selber die Busch-Leitzahl. Gute Nacht, Pylana. Der Porsche-Leitzahl geht doch. Miau. Mäu. 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 Warte mal, das war jetzt ein Kuh-Hund-Katze? Mäu. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR